So Leute und herzlich willkommen wieder zurück zu Warframe. Wieder mit Deinem hier Tobi. Und die Action geht hier schon ab. Falls ihr die anderen Folgen mal anschauen wollt, einfach in die Videobeschreibung gehen oder so. Oder wenn es eine Playlist ist, kann man das auch, glaube ich, rumzwitschen, dass man da sieht, wie viele Videos in einer Playlist sind und dann kann man da auswählen. Ist ja auch eine coole Option hier bei YouTube, das zu machen. So, okay, ähm, okay, oh, oh, okay. Hier können wir jetzt soweit nichts mehr machen, dann müssen wir eben halt da weiter. Yeah. Was geht, Leute? Der Tenno ist hier. Aua. Okay. Na, gucken wir mal. Ah, nicht schlecht. Alter. Wir haben noch keine so richtig Fähigkeiten. Ich will noch gerne Fähigkeiten noch haben. Genau. Ist das nicht so'n, 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 so'n Minen-Tybis? Es wird ja minor. Ach, Madame Nase. Hope that's not enough. Oh, coroner, of course. Echt jetzt? Wie manche immer wegrennen. Ich bin nur eine Pussy. So. So. Haben wir ja alles weit genug? Da können wir eigentlich auch weiter, aber wir sollten da nach oben, oder? Ganz wieder weit zurück. Waypoint. Waypoint, okay. Na gut. Gehen wir jetzt mal hier hoch. Huah. Yeah. So. Kommen wir hier bestimmt weiter. Wir haben jetzt null Enemies. Null Gegner. Ja. Ja, das sieht auch cool aus, so. Das ist nicht so eintönig. Haben wir hier soweit alles erledigt. Da will unser Auftraggeber ja zufrieden sein, ne? Aber hat schon was. Bist du viel Spielern? Cool. Ja. Mission erfreutreich. Ja. 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 Ich muss kurz zu trinken. Ja. okay er geht es jetzt Prozent Merkur oder schon mal in Arsenal Prozent Prozent Herr Kuckel die Kaufmann Trommelmagazin König fusionieren okay da auch nicht nicht alles kann man fusionieren es ist ein Liedermot es ist ein Liedermot alle dürfen nicht beides haben und dann tun wir das mal verteilen so denn es ist das schon mal verbessert und Prozent immer was die hier so hart Prozent müssen auch Prozent die Prozent kompatibel sind um habe ich verbessern lassen ich will hier sagen ja auch so nieren nur wenn es geht halten also nicht als kaum fusionieren ja dann hier war wieder zurück schon mal mehr Kuh Leon Rettung ab zu Rettung an einem weiteren Luftschiff eine Zielperson retten okay endlich abhauen ja wow chill mal hat er seinen Arm verloren und den ganzen Kram okay das finde ich auch immer so cool ich verbinde meine Körperteile so rette die Zielpersonen um die Zielgruppe aus eigentlich aber erinnert mich in mir ein irgendwas ich weiß es gar nicht das ist ihr das ja welche Ähnlichkeit der Zahn für die Aussehen so erledigt so oh wir kriegen wieder Bekanntschaft es geht ab man ja ein bisschen sterben tut auch gut so nur ein bisschen nicht zu viel nicht zu wenig Erfahrung wieder bekommen Alter chill mal warte mal nein das war die oh muss aber aus Rennen oder ein Sprengfass sein ich muss mich mal ein bisschen zurückhalten oh mein Gott ey das Leben Leben so das Geräusche das Geräusche äh muss mal ein bisschen Ausschau halten zu den festern aber sonst geht das eigentlich so wow ja was geht man bleib stehen uuuh baaam so uuuh uuuh genau uuuh so weitere Level aufgestiegen unserer Waffe sehr schön uuuh uuh 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 nein Bleib brav Wir haben unsere Waffe ja gemoddet, das heißt also wir haben 5% mehr Also können wir mehr in Magazin Munition haben Also da können wir nicht rein, schade Wär auch was gewesen, ey Sonst ist hier nichts So, hör Cool, was ist das denn? Schockberührung Oh, wieder hacken Hier ist gar nichts So eine Gefängniszelle hier Hallo Oh, da ist wieder was Cooles Magazinschaft Ja Okay Müssen wir mal hier schauen Schon wieder rumhacken Nein Oh Mist So Wow Wow Ah, hey, na Sieht ja komisch aus Oh, eine Frau sogar Hey, hey Wie wärs so, wenn wir zwischen zwei Stunden Bist du heiß auf mich, Baby? Bist du heiß auf mich? So, da müssen wir weiter bestimmt Oh mein Gott Hättet ihr das gedacht? Sieh so, am Gucken Ah, na na Ich mag das, wenn ein Frau sich vor mir bücken Oh Mann, Alter, sieht so krank aus Okay, los Boah, ich werde dich beschützen, Baby Keiner hält mich auf Hallo, nicht vor mir stehen Das wollen wir doch nicht Wollen ja nicht, dass mit deiner zarten Haut was passiert So Mein Gott Das ist wieder suchte Gegner Stark gepanzert Ja, super Wow Mit Schild sogar Neuer Gegner Alter, wow Alter Macker Willi Ey Das ist ihre Ruhe, Mann Hätt euch nichts getan, ihr Verrückten Alter Wo die ganzen toten Gegner Boah Panzerung 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 Nein Noch mehr So kann ein Witz sein Boah Alter, wie viele Gegner sind die überhaupt? Krasse Sache Krasse Sache LOL Die mögen uns alle irgendwie Boah Nah Über Oh, Alter, schon wieder so ein...